Um das Liebesleben von Florian Silbereisen ranken sich zahlreiche Gerüchte. Ist er Single oder hat er längst eine Freundin? Sein Besuch auf dem Oktoberfest hat etwas Licht ins Dunkel gebracht. Die Maß Bier in der Hand, die Hände hochgereckt, so fröhlich und ausgelassen sah man Florian Silbereisen selten jenseits seiner Samstagabendshows. Auf dem Oktoberfest feierte der Entertainer als Single, von einer Freundin fehlte jedoch jede Spur. Florian Silbereisen? Ist er Single oder vergeben? Wir erinnern uns, mit seiner Ex-Helene besuchte Flori damals mehrfach die Wiesen. In diesem Jahr darauf angesprochen, dass er inzwischen doch liiert und wo denn seine Freundin stecke, ruckste herum. Warum? Ich bin ganz fasziniert, was du alles hörst. Ich bin heute mit ganz vielen Freunden und Kollegen da, und wir machen uns einen super schönen Wiesentisch. Und auf die Frage, ob denn geflirtet werde? Nein, es wird gefeiert. So ganz dem Flirten abgeneigt schien Silbereisen dann aber doch nicht. Mit unzähligen Frauen posierte er bereitwillig für Selfies. Das erste offizielle Foto mit seiner Liebsten blieb er uns weiterhin schuldig. Wann hört das Versteckspiel endlich auf? Oder wandelt der TV-Star vielleicht doch längst wieder auf Freiers Füßen? Dann